Klopf, klopf. Wer ist denn da? Ich bin der Gewinner und es erstör dich jetzt und damit willkommen zu einem neuen Random Battle. Sieht nicht so aus, Prism. Wie legendaries hast du denn? Ja, jetzt Timo. Weißt du, legendaries sind eine... Nicht alles. Genau. Eine. Sind relativ. Sind relativ, weißt du? Letztens hatte, ich weiß nicht, wer weiß, geschrieben hat, aber jemand hatte geschrieben, dass... Dass er oder sie findet, dass dir das mit der Levelkurvier ein bisschen doof ist, aber... Ja, es ist halt so, dass schwächere Pokémon ein höheres Level haben als stärkere Pokémon. Yes, der brezelt. Ja, tschüss, war auf jeden Fall schön mit dir. Hä, als ob der das überlebt? Das brezelt ordentlich rein. Das kannst du mir jetzt halt nicht antun. Das soll ich sagen, Krim. Aber du stüpfst halt auch. Ja, muss ich machen. Soll ich für Roost gehen? Ja, mega geil, Alter. Roost wäre schon in der Play gewesen, oder? Mega nice. Ja, geil. Okay, was haben wir denn? Okay, perfekt. Wir gehen erstmal wieder mit dem, gucken erstmal, was du hast. Ja, Alter, der Feuerhafen ist halt bad, muss man dazu sagen. Okay. Grey is not, Alter. Der macht ja nothing. Aber wir chippen ihn halt ein bisschen an. Ich brauche halt den Feuerhafen nicht. Der ist bad. Ja, der ist echt bad, Alter. Sagt der und verlor vielleicht, weil er den Feuerhafen abgeworfen hatte. Alter, der Erdbeam ist richtig bad, Alter. Kannst ja gar nichts. Ja, soll ich machen, wenn ich nichts anderes habe? Soll ich für Feuersturm gehen? Ja, wäre eigentlich schon der Play, weißt du? Oh, cool. Ja, wechsel mal raus. Zeig mir deinen Switch in. Ah, der ist nicht vorhanden. Ja, schade. Ja, doch. Ich hätte schon Switch ins, aber muss jetzt nicht sein. Ja, vielleicht hätte ich mich auch prediken können, weißt du? Das war der Play, weißt du? So ein bisschen verunsichern, so. Und dann verlinke ich dich mit einem Feuersturm und dann wäre das insane. Ah, Landerous. Oh, der ist natürlich jetzt... Der hat ja auch die Rocks, Alter. Weißt du, manchmal hast du so... What? Wieso boostest du nicht? Ich hätte erstens nicht gedacht... Ah, stimmt, der hat ja 110 Sweat oder so. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass der 700 Millionen Schaden macht. Ich hätte für Rockpolish gehen sollen. Ja, Rockpolish wäre schon... Wieso zerstört mich der scheiß Affe hier, Alter? Ja, der Feuerhafen ist richtig bad, oder? Medicham. Oh, der ist natürlich jetzt kritisch. Moment, was? Triffst halt auch alles, Alter. Holy shit. Ich dachte, ein Fake-Oden wäre mega. Ja, gut. Das ist jetzt natürlich nice für mich. Ich habe mich auch schon mit Salamence gemegert. Junge, der hat so eine krasse Lücke beim Team hinterlassen. Stimmt, das habe ich möglicherweise vergessen. Ja, jetzt, Timo... Ist jetzt... Ich glaube, ich habe verloren. Alter, wie einfach der Feueraffe. Das stört, Mann. Weißt du, da habe ich sogar mal... einen Rapid Spinner, zwei Rocksetter und den ganzen Shit. Aber es bringt halt nichts. Es bringt halt einfach gar nichts. Einfach nothing. Ja, jetzt... Ja, mal zerstört, dass man dieses... Was ist jetzt dein letztes Pokemon? Jetzt kommt halt das krasse Bob-Pummon schlecht hin. Ja, boffin-Lint ist schon insane. Muss man dazu sagen. Ja, stimmt schon. Der ist schon nice. Ja, also, wenn ich jetzt mal drei Pokemon, soll ich jetzt rein wechseln? Wenn ich jetzt mal drei Kampf-Vokemon wechsel, ich jetzt rein? Ach, das ist ja... Nehmen wir das Kampf-Vokemon, oder? Ja, nehmen wir wohl das. Ich hatte noch Swigun und Magier, ne? Ja, das hängt ja, Alter. Ja, das hängt ja, Alter. Aber ich glaube, das zählt nicht einzu. Ach, du hast doch Swigun und Magier, ne? Ja. War ja, okay. Hätte ich eh niemals gewonnen, Alter. Hätte es halt niemals. Aber der Feueraffe, der so viel gemacht hat, war halt insane. War echt insane, ne? Aber der Boost war halt ein Missplay, ne? Ja, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass der so hart reinlötet. Ja, ist halt ein Step-Foersturm. Ist halt ein Step-Foersturm. Okay, was? Moment, warte, der hat diesen Angriff? Okay, ich wusste nicht, dass Pilippa diesen Angriff hat. Ich bin ein wenig verwirrt. Mach's Waffen hin. Alter, du hast nochmal Waffen hin. Ja, genau, Alter. Gönn dir direkt den Crit, oder? Willst du auch noch mein Erstgeborenes? Ich glaub, der hat mich gar nicht gewandert. Klar, hä? Mit Lefties? Ja. Ja, mit Lefties schon, mit Lefties schon. Ja, stimmt schon. Ungünstig. Ich wär halt einfach für Stonehenge gegangen, der wär halt einfach tot gewesen. Ich wär ja rausgewechselt. Hätte ich dich nicht getwilt, ja, und wär ich rausgewechselt. Ja, Alter, da muss ich halt schon wieder los. Ich hab halt ein gutes Stückchen in Buffland gehabt. Also ich hab ein richtig gutes Switchchen. Das ist scheiße! Ja, jetzt Timo. Aber weißt du, manchmal muss man dann auch mal sehen, dass man vielleicht nicht so krass ist, wie man deckt. Weißt du? Ja, okay, wenn du mich wegheckst. Krasse, aber alle, warum nicht schüttet? Wäre das dein Insaner Switchchen gewesen? Nee, wär's nicht. Ich zeig's dir. Ich zeig's dir noch. Ich zeig's dir noch. Aber noch nicht jetzt. Alter, Solar Beam, let's go! Moment, was? Du bist schneller als jetzt? Hä? Moment. Du bist schon schneller. Hä? Du hast im Regen gerade Solar Beam eingesetzt. Äh, wow, ich bin ganz so bescheuert. Ja, moini, Alter. Rischi, Ramm. Machen halt, tag den mal bitte ganz kurz. Solar Beam, let's go! Wieso darf dich gerade? Wieso darf dich? Ganz, ganz schwierig, Present. Ganz, ganz schwierig. Ich war dann so braindead, Alter. Solar Beam, let's go! Ich hab mir dann auch so, hä, was will wir denn vom Mio machen? Der hat dann nur zwei Glööden da unten. Also ich hatte halt, sie Sunny Day und Solar Beam. Wäre dann schon irgendwie möglich gewesen, das damit zu machen. Fire Blast, Leute. Ja, sie Fire Blast, können wir doch keinen Schaden machen. Ja, ich bin grad ein bisschen verwirrt gewesen. Das war irgendwie sehr blöd. Aber ist okay. Solar Beam, let's go! Solar Beam, Leute, oder? Solar Beam, let's go! Oh, Mann, echt, okay. Ach, come on! Der hat eine Steinkante? Das hab ich grad gegen vom Mio eingesetzt! Alter, wieso bin ich grad so, ich achte dann überhaupt nicht grad auf das, was du machst. Das ist wirklich schlimm, was ich hier mache. Ich sollte vielleicht ein bisschen konzentrierter spielen, das wäre vielleicht schlau. Das ist ja mal ganz kritisch alles. Ja, ich hab ja meinen Switchen. Siehst du, Palosan wäre ein richtig guter Buffaloon-Switchen gewesen. Buffaloon. Buffaloon. Nee, der nicht. Ah, Timo. Reshiram ist grad ein bisschen kritisch, Timo. Ich glaub, der zerstört mal die. Serena. Ja, ihr Toxic-Mills. Ach, das machen wir. 90 Prozent, über 80 Prozent, Timo. Dein Philippa wäre fast tot gewesen. Ja, nee, das würde ich jetzt versehen, wenn ich mal sagen. Na, das auch schon. Da wär ich mir jetzt mal gar nicht so sicher, Timo. Weißt du? Alles ganz schwierig. Ja, jetzt zeigen wir den Switch hin, ne? Pangoro. Pangoro, more like tot. Ach, der hat auch Harry Kane. Hat auch noch die Synergy, wie er man kennt, Alter. Natürlich die Synergy, Alter. Alles andere wäre ja unglaublich. Und noch ein Grittchen hinterher. Ja, der Gritt hat ja auch richtig hart gemattert, ne? Hat er auch. Hat er ja die vier Prozent. Uff, die wären sonst ganz kritisch geworden. Irgendwie trau ich dem ganz nicht. Was denn? Wir freeze-dryen einfach mal. Dann geht auf Liquidation. Na, macht guten Schaden. Ich hab mir tatsächlich gehofft. Arctoss ist tatsächlich gar nicht mal so bad, gerade in die Matchup. Der fällt mir. Übelst nicht. Und tschüss für Relegator, Mann. Der ist jetzt auch weg. Ja, dass Arctoss mal gut ist, ne? Katagami. Das ist jetzt vielleicht ein kleines Problem. Hätte ich da nicht Bronzong. Knock off my test. Das ist jetzt aber ein bisschen frech von dir. Hätte ich da nicht Bronzong. Das ist jetzt aber ein bisschen frech, wenn ich ehrlich bin. Ich bin gelesen wie ein Puck, Alter. Ja, das ist jetzt aber ein bisschen kritisch. Und zwar Blind. Oh, das ist gerade echt ein kleines Problem. Ich glaub, das weep mich durch, Timo. Hätte ich da nicht Bronzong, ne? Hätte ich da nicht Bronzong. Oh, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Das ist ein kleines Problem. Hätte ich da nicht Bronzong. Hättest du nicht eher einen Speedboost nehmen können, weil das wäre doch viel cooler. So, bitte überlebt das. Überlebt das, Alter. Aber ich hab'n Sash. Wenn jetzt die Verwirrung kommt, Alter. Jo, sogar der Crit. Okay, puh. Alles gut. Ah, das ist jetzt natürlich... Hätte ich da nicht Bronzong. Du hast dieses Metronome-Battle gespielt in der letzten Read. Hast du gerade Metronome-Battle gesagt? Reine Battle, meine ich. Ja. Mann, das ist jetzt gerade richtig blöd, Alter. Ich glaub, das ist over. Ich glaub, du hast keine Priority mehr. Dann soll das over sein. Ah, kritisch. So. Ich hab' nie meinen Knock-Off auf Pilipper, was mich sehr verbirrt hat. Hä? Der kann Knock-Off? Ja. Ey, Spiel. Der kann Knock-Off. So. Jetzt muss ich halt auf die Statik hoffen. Ja, Statik. Ah, kommt die noch. Jetzt. Jetzt. Die kommt doch noch, oder? Jetzt vielleicht. Jetzt Mist. Ich hätte einfach mit Leaf-Blade, glaub ich, von vornherein auf Pilipper geben können. Das hätte... Naja, das ist... Ah, nee, hätte nicht mehr... Naja, Leaf-Blade hätte gekillt. Hätte gekillt, ja. Stimmt, war eigentlich voll ein Miss-Blade von mir. Ja, ich hab' geholfen. Ich wusste, ich dachte, du wärst gechoiced, so. Achso. Ja, dachte ich auch over 4, aber ich war's nicht. Da gab er halt so Fugus-Gurt. Stimmt. Ich hab ja den Fugus-Gurt gehabt. So ein Doof-Kopf, Alter. Ja, 1-1-Present. Ja, letztes Match-U-Schein wie immer alles, ne? Kalagami ist halt broken, muss man dazu sagen, weißt du? Das stimmt, ja. Joel Teon, der ist nice. Alter, ich fühl mich hier wie... Wie GPL Season 2, Alter. Jojo gegen Shaman, so Standard-Ding. Standard-Match-Up. Single-Beam, ja. Ja, gewann das ist meine Seed-Flair. Hat er die Lefties? Ja, schwierig jetzt. Ja, 50% machst du, außer du Critters, ne? Das ist natürlich so die Sache. Den nehm ich. Verwirrung. Ja, Hacks einfach. Und dann trifft er auch die Familie. Ja, richtig, die Hacks, Alter. Ja, vielleicht hab ich ja Victini. Wobei, ne, Victini im Team bringt nichts. Nur für die eigenen Attacken. Ja, Present-Bear-Leib-Leib, man kennt ihn. Man kennt ihn, man kennt ihn. Naja, Timo. Jetzt haben wir mal den Shaman. Ne, Shaman-Antwort. Ja, Shaman-Antwort, die ist gar nicht immer so schlecht. Ja, danke mal. Als ob ich wieder den habe. Der gönnt sich halt richtig hart. So, schauen wir mal. Ist er physisch oder speziell? Das ist jetzt halt so die Frage, Timo. Also ich sag mal so, ich geh mal nochmal für Cosmic Power, weil du killst mich nicht. Boltaker, okay, der ist physisch. Okay, dann killst du mich vielleicht doch. Vielleicht kill ich dich ja doch. Ich sag mal so. Also. Aha, okay. Ich kann ja für Ruth gehen. So, dann verliere ich ja den Flugtypen. Und dann kann ich dich ja ausdäumen. Ja, ich habe vielleicht einen kleinen Misplay gemacht. Das geht ja fit. Aber jetzt er hat den Knock-Off. Aber wir gehen auf Knock-Off. Ja, okay. Ja, ist okay. Jetzt hast du halt das Item nicht mehr. Ist okay. Ja, das hilft mir nicht. Das hilft mir alles gerade nicht so sehr. Nee, nicht ganz so. Moment, was in Power-Eyes war das nicht? Ah ja, er war ja vom Flug. Also er hat den Flugtypen. Ja, ja, ja. Man kennt ihn alle. Solamin, let's go! Ich muss jetzt einmal ins Schauen, was wir hier machen. Okay, Scullypeed. Ist das die Antwort, sagst du? Das ist natürlich die Antwort. Eigentlich nicht, aber. Flinschen wir ihn zu Tode, bitte. Flinsch, 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 flinsch. Ja, jetzt, äh, kein Flinsch ist natürlich sad. Hacks, oder? Es sind richtig Hacks, oder? Es sind richtig Hacks. Okay, die Sache ist halt die. Hm, das ist jetzt schwierig. Der ist schwierig. Was ist denn schwierig, Timo? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich kann so viel machen, aber auch so viel. Ah, jetzt, Timo, der kann gar nichts. Okay, taunt. Gut, dass ich angegriffen habe. Das ist tatsächlich ein bisschen kritisch. Das Able-Moment, der geht auf Verzweifler jetzt nicht. Oh, nein, als ob das Able kommt. Wäre aber nicht so schlimm gewesen. Ich kann dir sagen, wieso. Ich hatte, na, nee, ich kann es dir nicht sagen. Ja, du hast Abgangsbund, hä? Ja, jetzt, Timo. Hä, wie unerwartet, glaube ich, hätte ich nie gerechnet. Ja, aber wenn, dann hätte ich halt gekillt, weißt du? Wenn du angegriffen hättest, mach mal. Verstehst du? Mhm. Verstehen sie, kennen sie, kennen sie, keine Ahnung. So, wir gehen in Pikachu. Und sterben. War auf jeden Fall sehr schön mit dir. Ja, nice, ja. Jetzt gehen wir in Suikune. Suikune, ui. Uiuiui. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Uiuiuiuiui. Gönnen wir uns ein Call Mind. Gönnen wir uns ein Taunt. Ja, ist okay. Damit kann ich tatsächlich leben. Okay. Damit kann ich leben. Dann gönnen wir uns ein Call Mind. Ist okay. Ist okay. Du hast halt keinen Heilungsmove, weißt du? Ja, ist okay. Ja, ist okay. Wieso haben wir mal ein Setup? Das finde ich gar nicht mal so gut. Ja, ist echt schwierig. Wirklich schwierig. Wirklich schwierig. Sehr schwierig. Jetzt gehen wir uns den Burn. Ja, war auf jeden Fall ein guter Burn. Richtig nice, aber. Hat richtig Spaß gemacht. Übel nice. Ja, ist jetzt ein kleines Problem irgendwie. Ist ein kleines Problem. Vor allem, weil ich halt schneller bin. Und immer einen Gedankenmut vor deinem Ferne ausbekomme. Ja, ich weiß. Was halt sehr praktisch ist. Das ist wirklich praktisch, finde ich. Ich hätte echt gerne den Burn, wirklich tatsächlich. Ach, wirklich? Verstehe ich ja gar nicht. Tatsächlich schon, ja. Das verstehe ich ja gar nicht. So. Ist okay. Der Kilt. Jetzt ist die Frage, was für eine Antwort du dagegen hast. Das ist eine Antwort. Wenn du Drachen-Root hast. Boah, okay. Aber ich habe Weihstrahl. Ja, okay. Ja, ich habe... Warte, ist okay. Ja, ist okay. Hallo, Shaman. Hallo, Shaman. Hallo, Shaman. Wie geht's dir so? Ah, gut. Und dir? Rest, okay. Rest ist halt gar nicht mehr so bad. Drachempuls. Ist okay. Damit kann ich tatsächlich leben. Arbeiten. Oh, lol. Ja, ist okay. Ist okay. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ich dachte auch, dass Drachen-Root vielleicht ausreicht. Ja, okay. Glaube nicht. Nein, ciao. Okay. So, Timo LP. Kilt halt nicht. War klar. Kilt halt nicht. Muss jetzt treffen. Man kennt ihn. Ja, jetzt natürlich kritisch. Man kennt ihn. Dinge passieren. Scheißspiele, Alter. Lass dich doch schon wieder aus, du. Ja, aber ob der jetzt so männert, weil... Die Frage ist halt, was noch deine Shriekoon-Antworten sind, ne? Das ist halt jetzt so die Frage. Ja, ich habe da schon noch meinen. Etwas im Repertoire. Das ist so die gute Antwort. Wenn er jetzt geburned wäre, wäre halt geil so. Aber... Wäre halt nicht bad. Surprise. Der ist nicht tot. Ist natürlich schade. Okay, ich glaube, das ist der Play. Ich glaube, dass das der Play war. Ich hoffe es. Das war der. Es killt? Okay. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass es killt ohne Item. Ist halt ein Live-Orb-Nienschau. Und ich bin ja so gesehen auf Plus Eins. Ja, ich habe verloren. Wahrscheinlich. Ja. Ist natürlich jetzt a bisschen sad. Passiert, weißt du. Im Leben kann man nicht alles haben. Ach so. Ja, ich habe verloren. Ich glaube, ich war ein schönes für Relegator. Alter, ich hasse mein Leben, man. Also ich glaube echt... Also der Willowiss Mist war halt echt scheiße. Ja, der hat gemattert. Der hat gemattert. Der war echt scheiße. Der hat gemattert. Auf jeden Fall. Der hätte nicht sein müssen. Sturdy? Okay. Könnt ihr? Der hätte nicht sein müssen. Da bin ich bei dir. Der war durchaus... Fatal. Fatal. Man kennt's. Alter, Luftschwitten Mist hier jetzt, Timo. Freeze. Schade. Genau auf Luftschwitten, wenn du Eier hast. Ja, okay. Musst du sowieso, glaube ich. Luftschwitten oder Seed-Flair. Geht ihr Seed-Flair? Ja, ist alles schon so scheiße. Pokémon ist ein scheiß Spiel. Leute, schau mal Timo vorbei. Heute mal wieder bewiesen. Random Battle. So wie in jedem anderen Random Battle auch. Link in der Beschreibung. Tschüss. Alter, jetzt aber warte, warte, warte. Bevor wir wenden. Ja. Unsere Random Baits werden fast immer nur durch Hacks entschieden, ne? Es, also, es ist selten so, dass der bessere Spieler, oder in dem, äh, zu, in, in dem, ähm... Ja, doch, schon öfter, öfter. Seltener, als dass jemand durch Hacks gewinnt. Random Battles sind generell einfach nur Luck-Base. Also, bitte. Nee, 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 nee. Und, äh, so manchen Random Battles hast du schon ein bisschen Trash gespielt. In dem, äh, zweiten Heute hab ich auch richtig Trash gespielt, muss man das so sagen. Sollabieble. Leute, ich hoffe, tue voll mit einem Link in der Beschreibung. Tschüss. Tschüss. Bewertung, wir sind ja hier sehen, Leute. Lasst einen Like da. Tschüss. 1000 Likes von Xbox. Bis zum nächsten Mal.